Also wir glauben, dass die Krise uns eins gezeigt hat, dass wir tatsächlich mehr und mehr auf die inländische, europäische Energieversorgung jetzt auch aufbauen müssen. Wir sehen natürlich gerade für die Versorgung unserer Energieversorgung in Deutschland jetzt viele Themen, die angegriffen werden müssen. Nicht nur die Elektrifizierung, sondern eben auch die Bereiche Wärme, Mobilität und die Industrie, diese jetzt eben auch stark mitzudenken. Wir haben, glaube ich, eine gute Basis mit unseren erneuerbaren Energien, die wir die letzten 20 Jahre hier aufgebaut haben. Aber wir sehen eben, dass es bei weitem noch nicht reicht. Und das ist, glaube ich, mehr als offensichtlich gewesen oder geworden, dass wir in diesem Bereich deutlich nachbessern müssen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich der Blick ganz schnell immer in die Ferne schweift und schauen, wo können wir uns mit Alternativen eindecken. Und da wir nicht so ein hohes Gasvorkommen in Europa jetzt haben, wie wir eigentlich bräuchten, ist natürlich auch der Weg ganz klar, dass wir für die Übergangszeit auch noch auf andere Importe angewiesen sind. Aber das zeigt ja im Moment diese Krise auch ganz klar, dass wir uns auf diese Importe auch nicht verlassen können und dass wir uns eben auch da schauen müssen, wie können wir eben diese Energieversorgung auch im Inland aufbauen. Und da sagen wir ganz klar, wir können in Europa genügend erneuerbare Energien produzieren, dass wir die gesamte Energie, die wir verbrauchen, eben auch hier produzieren können. Und natürlich werden wir das auch mit Energieeinsparmaßnahmen auch tun müssen. Und da ist natürlich noch viel Potenzial in vielen Bereichen, gerade in der Industrie. Und die Industrie spielt in der Energiewirtschaft eine Riesenrolle in der Zukunft. Sie hat ja in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Strom immer schön gleichmäßig abgenommen wurde von den Atomkraftwerken und den Kohlekraftwerken. Und jetzt muss sie sich langsam ein bisschen umstellen, nämlich dass sie Strom volatil abnehmen kann, also variabel abnehmen kann, so wie die Windkraftanlagen und Solaranlagen eben auch produzieren. Und wenn man das noch ergänzt durch schlaue Speicher, dann kann man, glaube ich, auch ganz schnell die Industrie darauf einstellen. Und damit haben wir eine hohe Resilienz und eine gute Energiesouveränität, die wir brauchen, um eine verlässliche Industrie hier auch weiter wirtschaften lassen zu können. Wir sehen, dass die klassische Effizienzdiskussion in meinen Augen total übertrieben ist, weil wir können uns sehr viele effiziente Prozesse vorstellen. Wir werden aber nachher daran gemessen, wie viel CO2 haben wir denn in den nächsten sieben oder acht Jahren eingespart. Und da sehen wir es eben so, dass eben klar die Energieeffizienzbereiche gerade im Verbrauch der Energien natürlich jetzt stark auf den Prüfstand kommen. Aber da bringt uns allein schon die Einführung der Elektromobilität, extreme Effizienzgewinne, was den Gesamtenergieverbrauch angeht, weil der Otto-Motor sehr, sehr unwirtschaftlich im energetischen Bereich eben war, im Vergleich zu einem batterieelektrischen Fahrzeug oder wasserstoffelektrischen Fahrzeug. Das heißt, wir müssen das eben nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen beide Steuerelemente jetzt nutzen, um tatsächlich das Ziel auch zu erreichen, 80 Prozent des Strombedarfs dann tatsächlich erneuerbar 2030 zur Verfügung zu stellen. Und da werden wir allerdings auch für, sich nur auf den Strombereich eben dort zu konzentrieren, wird nicht reichen, weil wir werden eben tatsächlich auch den Wärme- und den Industriebereich und die Mobilität auch im Schwerlastverkehr mit Wasserstoff bedienen müssen. Gerade wenn es dunkel ist und die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, dann werden wir eben auch Energie haben wollen und die wird in der Regel dann mit Wasserstoff zur Verfügung gestellt, wenn sie eben nachhaltig sein soll. Wenn wir das noch nicht wollen, dann ist es ein anderes Thema, aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir eben tatsächlich ja Gas, fossiles Gas ersetzen wollen und dann muss ich auf andere gute Speicherkapazitäten zurückgreifen und da werden wir nicht am Wasserstoff vorbeikommen. Also ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass wir natürlich die gesamten Genehmigungsverfahren im Bereich der Planung von Windkraftanlagen und Solaranlagen deutlich beschleunigen müssen. Dann brauchen wir mehr Kapazitäten und eine deutliche Vereinfachung. Wenn wir das schaffen, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter, weil das sind die Themen, die uns als Projektierer in vielen Bereichen sehr stark ausbremsen. Dann brauchen wir, um dieses Tempo überhaupt auch aufrechtzuerhalten oder auch erstmal zu generieren, sage ich mal so, dafür brauchen wir dann auch noch eine starke Verfügbarkeit der Rohstoffe, die wir hier brauchen, um das zu verarbeiten. Das heißt, wir werben auch ganz klar dafür, dass sich auch wieder stärker Windindustrie und auch Solarindustrie in Europa ansiedelt, damit wir dann auch unabhängig auf dem Bereich sind, was den Bezug an Modulen und Windkraftanlagen dann eben auch angeht. Und da sehen wir aber großes Potenzial. Den Ball will ja die Europäische Union jetzt auch aufnehmen. Wir wollen aber auch hoffen, dass ähnlich wie schon in den 90er oder in den 2000er Jahren, da eben schon tatsächlich sich solche Industrie auch gerade in Sachsen, Sachsen-Anhalt eben auch aufgebaut hat. Und da hat Deutschland das Potenzial für, dass wir wieder so eine Industrie hier ansiedeln können. Ganz wichtig also, um überhaupt das Ziel zu erreichen. Und auf der anderen Seite heißt es ja auch, 80 Prozent oder 100 Prozent Strom erneuerbar herzustellen, beziehungsweise auch zu verbrauchen heißt es auch, wir müssen auch irgendwo Energie sparen. Und diese Schritte müssen wir jetzt einleiten. Wir sollten da, glaube ich, auch zu konkreteren Mitteln greifen, indem man eben eine starke Inzentivierung macht, wann Strom eben zu verbrauchen ist und wann nicht. Natürlich, da dürfen wir, glaube ich, auch ein bisschen was erwarten, was nachher den Rollout der Smart Meter angeht, dass es da gewisse Anreize gibt, um Strom dann zu verbrauchen, wenn eben auch viel Wind und viel Sonne scheint. Und da sollte man, denke ich mal, in der Summe sich nicht darauf verlassen, dass es irgendjemand anders macht, sondern wir müssen jetzt tatsächlich auch handeln. Und das ist, glaube ich, generell auch nochmal ein Punkt, der als große Überschrift dahinterstehen muss. Wir brauchen ein ganz klares Bekenntnis, dass wir das jetzt auf allen Ebenen wollen, weil dann wird sich auch eine Industrie darauf verlassen können, da rein zu investieren, weil wenn es jetzt nur ein Strohfeuer bleibt oder wird, dann werden wir damit kämpfen müssen, dass eben die Überzeugung in der Industrie nicht da ist. Weil wir sollten uns doch schon wundern, dass Windkraftanlagenhersteller gerade noch aus Europa abwandern, wo wir doch alle denken, das wird mit der größte Markt für die in Zukunft werden. Also da sollte sich die Politik auch mal fragen, ob sie da in der Kommunikation auf dem richtigen Weg ist.